Der Hanse-Lungen-Check ist eine Studie, die ist gedacht für Raucher oder Ex-Raucher im Alter von 55 bis 79 Jahren, weil wir wissen, wenn die eine gewisse Menge an Zigaretten konsumiert haben in ihrem Leben, dass dann das Risiko für Lungenkrebs steigt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sich anmelden kann, entweder über die Homepage im Internet, die ganz einfach zu bedienen ist und man mit wenigen Klicks dann sozusagen schon seinen Wunschtermin vereinbaren kann. Darüber hinaus schreiben wir aber auch die entsprechende Bevölkerungsgruppe postalisch an, laden die persönlich ein und dann können sie sich auch telefonisch oder schriftlich anmelden. Die Wege sind da ganz mannigfaltig, wie man an uns kommt. Ich finde das großartig, dass es hier gemacht wird. Es ist ja ein Projekt, das mehrere Standorte beinhaltet und ich bin natürlich begeistert, dass gerade Lübeck hier engagiert vorne dabei ist. Insbesondere deshalb, weil ja auch die Untersuchungen sehr viel zu tun haben mit KI, mit Bildgebungsverfahren. Das ist ein Schwerpunkt, den wir hier in Lübeck haben, den wir implementiert haben. Und natürlich ist es absolut begrüßenswert, dass wir hier weiter vorangehen. Die haben einen Lungenfunktionstest gemacht. Da messen die die Kapazität von der Lunge und dann haben die ein CT gemacht, also Bilder von der Lunge. Ich bin total happy. Durch eine Bekannte bin ich da rangekommen. Und ich bin sehr froh, dass ich an dieser Studie teilnehmen konnte, weil das ja keine Igelleistung der Krankenkasse ist. Und für mich zu wissen, wie es mit meiner Lunge aussieht, zumal ich ein Raucher bin, ist ganz wichtig, da ich auch noch andere Erkrankungen habe. Und da wüsste ich gerne Bescheid. Ich bin total.